Schindlers Liste von Thomas Kinelli Gelesen von Peter Matic Dem Andenken von Oskar Schindler und für Leopold Pfefferberg, dessen Beharrlichkeit dieses Buchs seine Entstehung verdankt. Vorbemerkung des Verfassers 1980 erkundigte ich mich in Beverly Hills in einem Koffergeschäft nach dem Preis von Aktenmappen. Der Laden gehörte Leopold Pfefferberg, einem überlebenden Schindler-Juden. Hier zwischen allerlei aus Italien importierten Lederwaren hörte ich zum ersten Mal den Namen Oskar Schindlers, jenes deutschen Bonvivants, Spekulanten, Charmeurs und wandelnden Widerspruchs, der in jener Epoche, die heute allgemein als Holocaust bekannt ist, eine typische Auswahl von Angehörigen einer zum Tode verurteilten Rasse gerettet hat. Diese Darstellung der erstaunlichen Geschichte von Oskar Schindler basiert auf Gesprächen mit 50 überlebenden Schindler-Juden in sieben Ländern. Australien, Israel, Westdeutschland, Österreich, USA, Argentinien und Brasilien. In Begleitung von Leopold Pfefferberg habe ich außerdem jene Orte aufgesucht, die in diesem Buch eine bedeutende Rolle spielen. Krakau, Schindlers Wahlheimat, Plaschhof, wo Amon Goethe sein verruchtes Arbeitslager betrieb, die Lipowa-Straße in Sablocie, wo Schindlers Fabrik noch zu sehen ist, Auschwitz-Birkenau, das Lager aus dem Schindler die Frauen rettete. Dokumente und sonstige Informationen erhielt ich von den wenigen noch erreichbaren Mitarbeitern Schindlers aus Kriegszeiten und von den zahlreichen Freunden aus der Nachkriegszeit. Aufgenommen wurden ferner Zeugenaussagen, die von Schindler-Juden gegenüber Yad Vashem, dem israelischen Dokumentationszentrum und der Gedenkstätte für die Opfer der Judenverfolgung, gemacht wurden, sowie Papiere und Briefe, die ihn betreffen und die zum Teil von Yad Vashem und zum Teil von etlichen seiner Freunde beigesteuert wurden. Dank der Unterstützung all dieser Personen wurde die erste ausführliche Darstellung der erstaunlichen Geschichte Oskar Schindlers möglich gemacht. Tom Kinelle Ende Oktober 1939 betraten zwei junge deutsche Unteroffiziere die Auslage der Firma J.C. Buchheister & Co. auf der Stradomstraße in Krakau und verlangten je, einem Ballen wertvolles Tuch zu kaufen. Den Einwand Buchheister beliefere nur Kleiderfabriken und den Handel ließen sie nicht gelten und Zahlen taten sie mit einer bayerischen Banknote von 1858 und deutschem Besatzungsgeld von 1914. Das sei gültiges Zahlungsmittel, belehrten sie den jüdischen Verkäufer mit dem blauen Davidstern auf der weißen Armbinde und gingen hinaus. Es waren gesund aussehende junge Männer. Im Frühjahr und Sommer waren sie im Manöver gewesen. Der Herbst hatte ihnen einen leichten Sieg beschert und nun fanden sie sich in dieser schönen Stadt als Eroberer. Später am Tage erschien ein junger deutscher Buchhalter, den die wachsame Treuhand Ost zusammen mit einem anderen Deutschen zum Treuhänder für die Firma Buchheister bestimmt hatte. Der andere war ein ältlicher Mann ohne besonderen Ehrgeiz namens Sepp Aue, dieser hier jedoch ein junger Aufsteiger. Er prüfte Kassenbuch und Kasse und fischte die wertlosen Geldscheine heraus. Was denn das bedeute, wollte er wissen. Woher dieses Theatergeld? Der jüdische Verkäufer berichtete. Der junge Deutsche beschuldigte ihn, selber das wertlose Geld eingelegt und Slotti entnommen zu haben. Anschließend ging er ins Büro zu Aue, schilderte den Vorfall und schlug vor, die deutsche Polizei zu benachrichtigen. Aue und der junge Mann wussten beide, dass dies zur Festnahme und Inhaftierung des jüdischen Verkäufers im SS-Gefängnis in der Montelupichstraße führen musste. Der junge Mann meinte, das werde dem übrigen jüdischen Personal bei Buchheister als heilsame Lehre dienen. Das gefiel aber Aue nicht, der sich stets etwas beklommen fühlte, weil er, was niemand wusste, selber eine jüdische Großmutter hatte. Aue ließ daher den polnischen Juden Itzhak Stern holen, den Hauptbuchhalter, der mit Grippe daheim im Bett lag. Aue selber verstand von Buchhaltung wenig. Er wollte die Angelegenheit durch Stern aus der Welt schaffen lassen. Gerade hatte er zu Stern nach Port Gorge geschickt, als seine Sekretärin einen Herrn Schindler meldete, der eine Verabredung zu haben behaupte. Aue ging hinaus und sah sich einem hochgewachsenen jungen Mann gegenüber, der seelenruhig rauchte. Man hatte sich abends zuvor auf einer Gesellschaft kennengelernt. Schindler war in Begleitung einer Sudetendeutschen namens Ingrid gewesen, ihrerseits Treuhänderin einer Eisenwarenhandlung, wie Aue Treuhänder bei Buchheister war. Schindler und seine Ingrid waren ein ansehnliches Paar, offensichtlich verliebt ineinander und Beziehungen zur Abwehr hatten sie auch. Schindler sagte, er sehe sich hier in Krakau nach einer Existenz um. Aue hatte Textilien vorgeschlagen. Nicht bloß Uniformen. Der polnische Binnenmarkt kann jede Menge Textilien aufnehmen. Sehen Sie sich doch mal bei Buchheister um. Diese in angeheitertem Zustand ausgesprochene Einladung bedauerte er jetzt sehr. Schindler merkte, dass Aue nicht wohl war bei seinem Besuch und er bot sich, ein andermal wiederzukommen. Doch Aue wollte davon nichts wissen und führte Schindler durchs Lager und die mechanische Weberei im Hof, wo goldfarbener Stoff von den Webstühlen kam. Schindler fragte, ob der Treuhänder Schwierigkeiten mit den Polen habe. Aue verneinte. Die Polen seien durchaus arbeitswillig. Vielleicht noch etwas benommen, aber schließlich sei dies hier keine Munitionsfabrik. Schindler sah so sehr nach einem Mann mit Beziehungen aus, dass Aue der Versuchung nicht widerstehen konnte, gleich mal nachzuhaken. Ob Herr Schindler jemand bei der Rüstungsinspektion kenne, beispielsweise den General Julius Schindler. Das sei womöglich ein Verwandter. Nun, wenn schon, meinte Schindler lässig. Der General sei, verglichen mit den anderen, durchaus nicht übel. Verwandt waren die Herren nicht. Aue fand das auch. Allerdings würde der General ihn nie zum Essen oder auf ein Glas Wein bitten. Da lag der Unterschied. Auf dem Rückweg ins Büro kamen sie an Itzak Stern vorbei, dem Hauptbuchhalter, der auf einem Stuhl im Flur wartete und erbärmlich hustete. Als die beiden Eroberer vorübergingen, stand er auf und legte die Hände vor der Brust zusammen. Im Büro bot Aue zu trinken an, entschuldigte sich und ließ Schindler am Kaminfeuer allein, um sich mit Stern zu besprechen. Stern war ein sehr magerer Mensch und hatte das etwas trockengelehrte Gebaren eines Talmud-Schülers, aber auch das eines europäischen Intellektuellen. Aue berichtete knapp und überreichte Stern die wertlosen Geldscheine. Ich nehme an, sowas kommt jetzt häufig in Krakau vor und ich könnte bedenken, dass sie sich für die Buchhaltung eine Methode ausgedacht haben, damit fertig zu werden. Stern betrachtete die Geldscheine. Ja, eine solche Methode gäbe es und ohne eine Mine zu verziehen, trat er an den offenen Kamin am Ende des Raumes und warf das Geld ins Feuer. Solche Verluste verbuche ich unter Gratisproben. Seit September hatte er zahlreiche Gratisproben zu verbuchen gehabt. Aue gefiel Sterns trockensachliches Verfahren. In den hageren Zügen des Buchhalters sah er die kleinstädtische Schleue und musste lachen. Wirklich Bescheid wussten eben doch nur die Einheimischen. Und dort drinnen im Büro saß Herr Schindler und war dieser Kenntnisse bedürftig. Also nahm Aue den Buchhalter mit ins Büro, wo Schindler gedankenverloren am Kamin stand, in der Hand sein Taschenflakon. Stern dachte bei Schindlers Anblick sogleich, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Aue trug am Aufschlag ein kleines Hakenkreuz, so nachlässig, wie man ein beliebiges Vereinsabzeichen trägt. Während an Schindlers Aufschlag das große Parteiabzeichen prangte. Das Abzeichen, die Wohlhebigkeit, die Schindler ausstrahlte und seine eigene Grippe empfand Stern als bezeichnend für die Lage eines polnischen Juden in jenem Herbst. Aue übernahm die Vorstellung. Einer Verordnung folgend gab Stern sich sogleich als Jude zu erkennen. Na wenn schon, grollte Schindler, ich bin Deutscher. Schön und gut, dachte Stern hinter seinem Schnupftuch, dann könntest du vielleicht diese Verordnung aufheben. Stern musste bereits jetzt, wenige Wochen nach Beginn der Besetzung, eine ganze Anzahl solcher Verordnungen einhalten. Frank, der nationalsozialistische Rechtswarer des polnischen Generalgouvernements, hatte sechs die Juden betreffende Verordnungen erlassen und ließ weitere durch den Brigadeführer und Chef des Distrikts Dr. Wächter in Kraft setzen. Stern musste sich also nicht nur als Jude erkennbar machen, er hatte auch stets eine mit einem gelben Streifen versehene Kennkarte bei sich zu führen. Als er jetzt hustelnd in Aues Büro stand, waren das Verbot des koscheren Schlachtens und die Kommandierung von Juden zur Zwangsarbeit drei Wochen alt. Sterns Lebensmittelzuteilung für Untermenschen betrug knapp die Hälfte jener für nichtjüdische polnische Untermenschen. Und am 8. November hatte die Registrierung aller Krakauer Juden begonnen, die bis zum 24. abgeschlossen sein sollte. Stern war gescheit genug, vorherzusehen, dass immer weitere Verordnungen ihm das Überleben, ja, das bloße Luftholen mehr und mehr erschweren würden. Die meisten Krakauer Juden sahen Ähnliches vorher. Man würde die jüdische Landbevölkerung zur Zwangsarbeit in die Stadt transportieren und jüdische Intellektuelle zur Landarbeit schicken. Auch war mit sporadischen Massenmorden zu rechnen wie in Tursk, wo eine Artillerieabteilung der SS Juden zum Brückenbau kommandiert und anschließend in der Synagoge erschossen hatte. So etwas würde sich wiederholen. Doch mit der Zeit würde Ruhe einkehren, die Juden würden überleben, wie sie seit den Zeiten des Römischen Reiches immer überlebt hatten, durch ein Arrangement mit den herrschenden Kräften. Die Behörden würden die Dienste der Juden benötigen, zumal in einem Lande, in dem jeder elfte Bewohner Jude war. Stern allerdings teilte diesen Optimismus nicht. Er glaubte nicht daran, dass die Dinge in absehbarer Zeit zwar üble, doch erträgliche Formen annehmen würden. Die Zeiten waren denkbar schlimm. Zwar ahnte er nicht, dass das, was bevorstand, sich nach Art und Ausmaß von allem Vorangegangenen unterscheiden würde, doch war er immerhin bereits so verbittert, dass er dachte, du hast leicht reden, Schindler, eine solche Geste kostet dich nichts. Aue also stellte Stern als Buchheister das Oberbuchhalter vor, der sich im hiesigen Wirtschaftsleben gut auskenne. Stern hatte dazu nichts zu bemerken. Er fragte sich jedoch, welche eigenen Zwecke der Treuhänder verfolgte. Aue ließ ihn mit Schindler allein. Dieser fragte Stern, wie er die Aussichten der verschiedenen Wirtschaftszweige beurteile. Um ihn zu prüfen, schlug Stern vor, Schindler möge sich doch bei der Treuhand Ost erkundigen. Das sind Diebe, versetzte Schindler Seelen ruhig. Diebe und Bürokraten. Ich brauche Ellenbogenfreiheit. Ich bin der geborene Kapitalist und kann es nicht leiden, wenn man mir Vorschriften macht. So begann das Gespräch zwischen diesen beiden und Stern erwies sich bald als wertvolle Informationsquelle. Er hatte Verwandte und Bekannte in sämtlichen hiesigen Produktionszweigen. Textilien und Bekleidung, Kunsttischlerei, Metallverarbeitung. Schindler war beeindruckt und brachte einen Briefumschlag zum Vorschein. Ist Ihnen eine Firma Rekord bekannt? Sie war es. Die Firma sei in Konkurs. Ehe dem hatte sie Emaiwaren hergestellt. Seither waren einige der Pressen konfisziert worden und derzeit war das Werk nur noch so etwas wie eine leere Hülse, in der unter der Leitung des Konkursverwalters nur ein Bruchteil der Kapazität genutzt wurde. Sein Bruder, so Stern, vertrete eine Schweizer Gesellschaft, die zu Rekords Hauptgläubigern gehöre. Die Geschäftsführer von Rekord waren total unfähig, sagte er. Schindler reichte Stern den Umschlag. Das ist die Bilanz. Sehen Sie sich die mal an. Stern sagte, Schindler möge sich auch anderswo nach Rekord erkundigen und Schindler antwortete gleichmütig, das sei auch seine Absicht, doch lege er Wert auf Sterns Meinung. Stern las etwa drei Minuten in der Bilanz und fühlte dann Schindlers Blick auf sich ruhen. Selbstverständlich hatte er die traditionelle Fähigkeit zu spüren, ob er es mit einem gerechten Ungläubigen zu tun hatte, von dem man sich Schutz vor den Brutalitäten der anderen Goyim erwarten durfte. Es war dies das Gespür für den sicheren Ort, die mögliche Zuflucht. Und weil Stern in Schindler diese Möglichkeit verkörpert fühlte, nahm die Unterhaltung eine besondere Färbung an, so wie die zwischen einem Mann und einer Frau, die sich auf einer Gesellschaft kennenlernen und zugleich einen erotischen Funken überspringen fühlen. Stern empfand das Deutliche als Schindler und ausgesprochen wurde nichts, weil das zarte Band nicht beschädigt werden durfte. Der Betrieb könnte gute Gewinne machen, sagte Stern. Sie sollten mit meinem Bruder sprechen. Man könnte Aufträge der Militärbehörde bekommen. Ganz recht, murmelte Schindler. Schon gleich nach der Einnahme von Krakau, bevor noch Warschau gefallen war, hatte man eine Rüstungsinspektion eingerichtet, deren Aufgabe es war, dafür zu sorgen, dass die heimische Industrie die Wehrmacht belieferte. Bei Rekord konnte man ohne weiteres Kochgeschirre und Feldküchen Ausrüstungen fertigen. Stern wusste, dass ein General Schindler die Rüstungsinspektion leitete. Sollte das ein Verwandter dieses Schindler sein? Die Antwort lautete Nein. Doch wurde sie so gegeben, als läge Schindler nicht daran, dass diese Tatsache bekannt wurde. In der Geschichte seines Volkes war dergleichen immer wieder vorgekommen und mit sachlichen Begründungen nicht vollständig zu erklären. Stern setzte Schindler die Prozedur auseinander, die hier in Frage kam. Pacht mit Vorkaufsrecht. Die Treuhänder unterstünden direkte Aufsicht durch das Wirtschaftsministerium. Dann wagte er eine Andeutung. Was die anzuwerbenden Arbeitskräfte betrifft, werden sie gewissen Beschränkungen unterliegen. Schindler fragte belustigt Und woher wissen sie, was die Behörden beabsichtigen? Ich lese das Berliner Tageblatt. Auch als Jude darf man doch deutsche Zeitungen lesen. Schindler fuhr fort zu lachen und legte Stern die Hand auf die Schulter. Was sie nicht sagen. Stern wusste davon, weil Aue ein Rundschreiben vom Staatssekretär Eberhard von Jagwitz aus dem Reichswirtschaftsministerium erhalten hatte, das von der Arisierung jüdischer Betriebe handelte. Aue hatte sich von Stern eine Zusammenfassung machen lassen. Jagwitz hatte mit Bedauern angedeutet, es sei damit zu rechnen, dass andere Reichsbehörden und auch Parteidienststellen, etwa Heidrichs Reichssicherheitshauptamt R.S.H.A. darauf drängen würden, nicht nur die Betriebe als solche zu arisieren, sondern auch die Betriebsleitungen und Belegschaften. Jüdische Spezialisten seien also tunlichst von den Treuhändern zu entfernen, immer vorausgesetzt, die Produktion leide nicht darunter. Schindler steckte die Bilanz von Rekord wieder ein und ging mit Stern in die Buchhaltung. Hier in Anwesenheit von Schreibern und Buchhaltern entspann sich eine philosophische Unterhaltung, wie Schindler sie schätzte. Schindler sagte unter anderem, das Christentum wurzle im Judentum, ein Umstand, der ihn immer schon frappiert hatte, möglicherweise seit seinem Umgang mit den jüdischen Nachbarskindern. Stern erwiderte behutsam. Er war ein gelehrter Mann, hatte Religionsvergleichende Abhandlungen publiziert. Schindler, der sich fälschlich für einen Philosophen hielt, war auf einen Fachmann gestoßen. Stern, der als ein Pedant galt, fand Schindlers Kenntnisse oberflächlich. Darüber wollte er sich nun keineswegs beklagen. So entstand eine sonderbare Freundschaft. Stern legte dar, warum er an Hitlers Erfolg nicht glaubte, wobei er sich, wie Schindlers Vater, auf Beispiele aus der Weltgeschichte berief. Dies unterlief Stern, bevor er sich bremsen konnte. Die Juden im Büroraum hielten den Atem an. Schindler schien keinen Anstoß zu nehmen. Und dann machte er doch noch eine unvermutete Bemerkung. Es müsse den Kirchen heutzutage doch schwerfallen, ihren Gläubigen einzureden, dass ohne Gottes Willen kein Spatz vom Himmel falle. Ein Menschenleben sei schließlich keine Schachtel Zigaretten mehr wert. Stern stimmte zu, gab aber zu bedenken, dass Schindlers Bibelzitat durch eines aus dem Talmud ergänzt werden müsse, das besagt, wer ein einziges Menschenleben rette, der rette die ganze Welt. Gewiss, gewiss, bemerkte Schindler nur, doch Stern hat seither fest geglaubt, dass er damit im genau richtigen Moment das richtige Saatkorn in die Furche fallen ließ. Stern sah Schindler erst eines Vormittags Anfang Dezember wieder. Der Antrag auf Pacht und Vorkaufsrecht lag bereits dem Handelsgericht Krakau vor, aber Schindler fand Zeit, bei Buchheister hereinzusehen und nach einem Gespräch mit Aue in der Buchhandlung neben dem Schreibtisch von Stern stehend laut und mit einer schon etwas alkoholisiert klingenden Stimme zu verkünden, »Morgen geht es los. Zuerst kommen die Josefa und die Isaka Straße dran.« Tatsächlich gab es in Kazimierz wie in jedem Ghetto eine Josefa und eine Isaka Straße. Kazimierz war das ehemalige Ghetto von Krakau, eine Insel in der Weichselkrümmung von Kazimierz dem Großen den Juden gnädigst überlassen. Schindler beugte sich über Stern, so dass Stern seinen vom Kognak warmen Atemroch. Der fragte sich, »Weiß Schindler, dass in der Josefa und der Isaka Straße etwas passieren soll? Oder schmeißt er nur mit den Namen um sich?« Wie auch immer, Stern fühlte sich maßlos enttäuscht. Schindler drohte offenbar mit einem Pogrom, machte Andeutungen, ließ Stern merken, wo sein Platz war. Man schrieb den dritten Dezember und Stern glaubte nicht, dass Schindler als er morgen sagte, den vierten Dezember meinte, sondern wie Trinker und Propheten die nahe Zukunft. Nur wenige, die Schindlers Ankündigung hörten oder auch davon hörten, nahmen sie wörtlich, packten ihre Koffer und gingen mit ihren Angehörigen über die Weichsel nach Portgorje. Schindler selbst meinte, er habe unter beträchtlicher Gefahr für sich selber eine wertvolle Information geliefert. Die kam aus zwei Quellen, von neun Freunden, von Wachtmeister Hermann Toffel beim Stab des SS-Befehlshabers und von Dieter Reder vom Stab des SD-Chefs Schurda. Es war bezeichnend für Schindler, dass er in solchen Kreisen Leute aufzuspüren verstand, die mit seinen Ansichten sympathisierten. Als Erklärung für seine damalige Handlungsweise gab er an, die Zwangsenteignung und Umsiedlung von Tschechen und Juden nach dem deutschen Einmarsch ins Sudetenland hätten ihn von jeder Neigung für die neue Ordnung kuriert. Er dürfte übrigens, ebenso wie die Krakauer Juden, noch gehofft haben, dass das Regime nach anfänglichen Gräulen erträglicher vorgehen und den Leuten Luft zum Atmen lassen würde. Konnte man mittels Vorwarnungen, die in den kommenden Monaten zu erwartenden Aktionen der SS gleichsam die Spitze abbrechen, mochte sich im Frühjahr die Vernunft durchsetzen. Schließlich waren die Deutschen, wie Schindler und auch die Juden sich einredeten, ein zivilisiertes Volk. Der Überfall der SS auf Kasimierz sollte indessen in Schindler einen elementaren Abscheu hervorrufen. Noch wurde dieser Abscheu nicht bestimmend für sein Geschäftsgebaren, auch nicht für seine gesellschaftlichen Amüsements. Doch je klarer ihm wurde, was die herrschenden Mächte beabsichtigten, desto stärker ergriff dieser Abscheu von ihm Besitz, leitete, gefährdete ihn, trieb ihn an. Die jetzt bevorstehende Aktion sollte Schmuck und Pelzen gelten. In den besseren Wohnvierteln zwischen Krakau und Kasimierz würde man Juden aus Wohnungen und Villen treiben und im Übrigen war das Ganze als Warnung für die verschüchterten Bewohner des alten Judenviertels gedacht. Zu diesem Zwecke, so erfuhr Schindler von Reda, sollte eine kleine Abteilung der Einsatzgruppen zusammen mit der örtlichen SS und der Feldpolizei nach Kasimierz fahren. Mit der vordringenden Wehrmacht kamen sechs Einsatzgruppen nach Polen, hervorgegangen aus Heydrichs SD. Ihre Befugnisse waren umfassend. Ihr Kommandeur hatte General Keitel sechs Wochen zuvor wissen lassen, im Generalgouvernement wird ein erbarmungsloser Kampf um die Existenz unseres Volkes geführt werden, ohne legales Grupel. Kampf um die Existenz des Volkes hieß im Klartext, wie alle Beteiligten wussten, Rassenkampf, glühende Gewehrläufe. Die Angehörigen der Einsatzgruppe, die an der Aktion teilnehmen sollten, würden die Durchsuchung und Plünderung von Wohnungen der hiesigen SS überlassen und sich ernsteren Aufgaben zuwenden. Der Ausrottung der jüdischen Kultur an der Wurzel, den alten Synagogen von Krakau. Dieser Übergang hatte nun stattgefunden und im ganzen Lande wurden Einsatzgruppen und Sonderkommandos auf die alten jüdischen Ghettos angesetzt. Doch hatte die Wehrmacht mit Heidrich und den höheren Polizeiführern vereinbart, dass diese Aktionen erst gestartet werden dürften, wenn anstelle der Militärverwaltung eine zivile Verwaltung getreten sei. Am Ende der Straße, in welcher Schindlers Wohnung lag, ragte der befestigte Felsen auf, den der Wawel krönte, wo Hans Frank herrschte. Will man Schindlers künftige Tätigkeit in Polen verstehen, muss man untersuchen, in welchem Verhältnis Frank einerseits zu den Kommandeuren von SS und SD stand und andererseits zu den Krakauer Juden. Zunächst einmal hatte Frank keine direkte Befehlsgewalt über die Sondereinheiten, die auf Kasimierz angesetzt wurden. Himmlers Polizeieinheiten folgten, egal wo sie auftraten, nur ihren eigenen Gesetzen. Frank meinte, ebenso wie gelegentlich Himmler, es mische ein riesiges Konzentrationslager für sämtliche Juden errichtet werden, mindestens so groß wie Lublin samt umliegenden Ortschaften. Am besten aber eignet sich dazu die Insel Madagaskar. Viktoria Klonowska, Schindlers polnische Sekretärin, war eine Schönheit und er begann sogleich ein Verhältnis mit ihr. Mit der blonden Hochfrisur, dem hübschen, sorgfältig geschminkten füchsischen Gesicht, sah Viktoria Klonowska aus wie eine jener leichtfertigen jungen Frauen, die die Weltgeschichte nur unter dem Gesichtspunkt betrachten, ob sie ihr Privatleben stört oder nicht. Während man in diesem Herbst meist schlicht gekleidete Frauen sah, gab Klonowska sich ausgesprochen elegant. Dabei war sie außerordentlich tüchtig, nüchtern und gewandt. Auch war sie eine überzeugte polnische Nationalistin. Später einmal sollte sie bei den deutschen Behörden die Entlassung ihres Liebhabers aus dem SS-Gefängnis durchsetzen. Nach der Aktion vom 4. Dezember war Stern davon überzeugt, dass Schindler ein gerechter Gäu war. Der Talmud kennt die legendären Asidei Unmod Ho'alam, die Gerechten unter allen Völkern, deren es zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Weltgeschichte immer nur 36 gibt. Stern glaubte nicht an diese mystische Zahl, aber die Legende als solche leuchtete ihm ein und erhielt es für klug und geboten aus Schindler eine lebende, atmende Zuflucht zu machen. Der Deutsche benötigte Kapital, denn Rekord verfügte nur noch über wenige Maschinen, einige Blechpressen, Emaillwannen, Drehbänke und Schmelzöfen waren alles. Stern mochte Schindlers Denken beeinflussen, aber zu Kapital verhalf ihm Abraham Bankier, der Bürovorsteher von Rekord, mit dem Schindler sich angefreundet hatte. So suchten sie denn gemeinsam mögliche Geldgeber auf. Mit Wirkung vom 23. November waren alle Konten und Schließfächer von Juden behördlich gesperrt worden. Die Inhaber hatten keinen Zugang mehr und bekamen auch keine Zinsen. Wohlhabendere jüdische Geschäftsleute, die auch in Geschichte nicht unbewandert waren, verfügten aber noch über Beträge in Fremdwährungen. Doch war es nicht einfach, die abzusetzen. Gold, Diamanten, Handelsware vorzuziehen. Bankier kannte in Krakau einige Männer, die bereit waren, Geld auf zu liefernde Ware vorzustrecken, sagen wir 50.000 Sloty für die monatliche Lieferung von Töpfen und Pfannen im Gewicht von so und so viel Kilo für ein Jahr. Für einen Krakauer Juden war es leichter und ungefährlicher mit Küchengerät als mit Sloty umzugehen, solange Frank auf dem Wawel saß. Keine der Parteien dieser Vereinbarungen besaß etwas Schriftliches, nicht einmal Notizen. Verträge aufzusetzen war sinnlos, ihre Einhaltung konnte nicht erzwungen werden. Für die Geldgeber kam es einzig darauf an, dass Bankier der Vermittler ihnen einen zuverlässigen Kreditnehmer präsentierte. Man traf sich zu diesem Zweck in Wohnungen der Innenstadt, soweit der potenzielle Geldgeber nicht schon enteignet worden und nach Potgorsche in ein ärmliches Quartier gezogen war. In solchen Fällen war eine möglicherweise kostbare Wohnungseinrichtung verloren, der Geschäftsmann bestenfalls noch Angestellter in seiner eigenen Firma und das alles in der Spanne von wenigen Monaten. Man mag es für eine übertriebene Behauptung halten, dass niemand Schindler je vorgeworfen hat, eine solche Abrede nicht eingehalten zu haben. Und tatsächlich kam es im folgenden Jahr zwischen ihm und einem jüdischen Großhändler wegen der Menge der zu liefernden Ware, die der Kunde im Lager der Emalia in der Lipowa Straße abholen durfte, zum Streit. Die DEF, Deutsche Emai-Fabrik, wie Schindler sein Unternehmen benannt hatte, wurde von Polen und Juden Emalia genannt. Und dieser Mann hat bis an sein Lebensende darauf bestanden, Recht gehabt zu haben. Dass Schindler aber je einen Vertrag überhaupt nicht eingehalten habe, das wurde nie behauptet. Denn er war der geborene Zahler. Er vermittelte stets den Eindruck, über unbegrenzte Mittel für unbegrenzte Rückzahlungen zu verfügen. Und im Übrigen, Schindler und andere deutsche Nutznießer machten in den folgenden vier Jahren so gute Geschäfte, dass nur jemand, der von Profitgier gemessen wurde, eine Ehrenschuld, wie der alte Schindler gesagt hätte, nicht hätte bezahlen wollen. Im neuen Jahr kam Frau Emilie nach Krakau, um ihrem Mann den ersten Besuch abzustatten. Sie fand, sie sei noch nie in einer schöneren Stadt gewesen. Wie viel angenehmer war es hier doch, so anheimelnd altmodisch, ganz anders als in Brünn mit dem ewigen Qualm seiner Industrien. Die Wohnung ihres Mannes gefiel ihr sehr. Sie hatte einen Blick auf die Planti, den eleganten Grüngürtel, der sich anstelle der alten Wallanlagen um die Stadt zog. Am Ende der Straße ragte der Wawel auf, und zwischen all diesen Altertümern hatte er eine so moderne Wohnung. Frau Pfefferbergs Dekorationen waren ein deutlicher Beweis für seine geschäftlichen Erfolge. Offenbar kommst du gut zurecht in Polen, bemerkte sie. Schindler wusste, was sie bei solchen Aussprüchen im Sinn hatte. Die nicht ausgezahlte Mitgift, die ihr Vater zwölf Jahre zuvor einbehalten hatte, als ihm zu Ohren gekommen war, dass sein Schwiegersohn wie ein Junggeselle lebte und seine Frau vernachlässigte. Die Ehe seiner Tochter ging ganz so, wie er befürchtet hatte. Wozu also Zahlen? Dass er diese 400.000 Reichsmark nicht bekam, hatte tatsächlich einigen Einfluss auf Schindlers Werdegang. Doch der alte Herr ahnte nicht, dass er seiner Tochter damit wesentlich mehr schadete als seinem Schwiegersohn. Die konnte das nicht verwinden. Sie fühlte sich mitschuldig, noch mehr in die Defensive gedrängt und auch jetzt noch zwölf Jahre später, als es Schindler nun wirklich nicht mehr darauf ankam, grämte seine Frau sich immer noch darüber. Ich habe das verflickste Geld doch nie gebraucht, pflegte er zu Knurren, wenn wieder mal davon die Rede war. Es scheint, dass Emilia Schindler zu jenen Frauen gehörte, die wissen, dass ihr Mann nicht treu ist, noch je sein wird und die es nicht schätzen, dass man ihnen den Beweis für seine Untreue unter die Nase reibt. So durfte sie sich denn damals in Krakau recht zurückgehalten haben. Die Bekannten ihres Mannes, denen sie gesellschaftlich hätte begegnen können, kannten gewiss die Wahrheit, kannten die Namen anderer Frauen, die sie auf keinen Fall erfahren wollte. Eines Tages erschien bei ihr ein junger Pole. Es war Poldek Pfefferberg mit einem Teppich über der Schulter, den er im Auftrag von Ingrid besorgt hatte, die für die Dauer von Frau Schindlers Aufenthalt in Krakau aus der Wohnung ausgezogen war. Der Teppich stammte aus Istanbul und war über Ungarn gekommen. Ist Frau Schindler da? fragte Pfefferberg, der Ingrid so titulierte, weil ihm das weniger peinlich war. Ich bin Frau Schindler, sagte Emilie, die sich alles zusammen reimen konnte. Pfefferberg reagierte recht geschickt. Er wollte eigentlich nicht zu Frau Schindler, die er übrigens nicht kenne, sondern habe geschäftlich mit Herrn Schindler zu tun. Der sei nicht da, sagte seine Frau. Sie bot Pfefferberg eine Erfrischung an, doch er lehnte hastig ab. Auch darauf konnte sie sich einen Reim machen. Der junge Mann war von Oskars Privatleben schockiert und fand es unanständig mit dem Opfer eine Tasse Kaffee zu trinken. Die Fabrik, die Schindler gepachtet hatte, befand sich am anderen Weichselufer in Sabloche Lipova Strasse 4. Die Büros lagen nach der Strasse zu, waren hell und modern und Schindler kam gleich der Gedanke, es könnte nützlich sein, hier einmal eine Wohnung zu Strikviertel war und nicht zu vergleichen mit der Strasse Kiergostraße und dem eleganten Wohnblock, in dem Schindler seine Stadtwohnung hatte. Als Schindler die Rekordwerke übernahm und sie in Deutsche im Mai Waren Fabrik umtaufte, waren 45 Personen mit der Herstellung einer bescheidenen Menge Küchenutensilien beschäftigt. Anfang 1940 bekam er die ersten Heeresaufträge. Das war nicht überraschend, denn er hatte die benötigten Verbindungen zu den Leuten geknüpft, die solche Aufträge zu vergeben hatten, hatte sie auf Gesellschaften getroffen, sie im Hotel Krakowia bewirtet. Es gibt Fotos von Schindler, wie er mit diesen Leuten zu Tische sitzt. Alle lächeln brav in die Kamera, alle sehen wohlgenährt und elegant gekleidet aus. Manch einer von diesen drückte den erforderlichen Stempel auf seine Angebote, schrieb die nötige Empfehlung an General Schindler, alles nur aus Freundschaft und weil er glaubte, Schindler werde die Liefertermine halten. Andere ließen sich dazu durch Geschenke bewegen, die Schindler jederzeit zum Machen bereit war, Kognak und Teppiche, Schmuck und Möbel und üppige Präsentkörbe. Überdies sprach sich herum, dass General Schindler mit seinem im Mai Waren produzierenden Namensvetter bekannt war und ihn gut leiden mochte. Nachdem er im Besitze der lukrativen Heeresaufträge war, erlaubte man ihm eine Betriebserweiterung. Platz war genügend da. Der Bürotrakt der DEF hatte zwei Flügel, deren einer für die Produktion genutzt wurde, während der andere noch völlig leer stand. Also kaufte Schindler Maschinen, teils in Krakau, teils in Mähren. Er wollte nicht nur das Militär beliefern, sondern auch den unersättlichen Schwarzen Markt. Er wusste, dass er auf dem Wege zum Großunternehmer war. Mitte 1940 beschäftigte er 250 Polen und musste eine Nachtschicht einrichten. In der Landmaschinenfabrik seines Vaters in Zwittau hatten in ihren besten Zeiten 50 Leute gearbeitet. Wahrlich, es ist ein schönes Gefühl, den Vater zu übertreffen, den man nie verziehen hat. Stern kam mehrmals im Laufe des Jahres und bat Schindler ausnahmsweise einen seiner jüdischen Schützlinge einzustellen. Eine Vollweise aus Lodz, die Tochter eines Schreibers beim Judenrat. Schon nach wenigen Monaten waren es 150 Juden, die bei ihm arbeiteten und seine Fabrik galt als Zufluchtsort. In diesem wie in allen folgenden Jahren bis zum Kriegsende waren Juden unablässig auf der Suche nach einer kriegswichtigen Arbeit. Im April ordnete Frank die Räumung der Stadt Krakau von allen Juden an. Eine etwas sonderbare Anordnung, bedenkt man, dass die Reichsbehörden täglich gegen 10.000 Juden und Polen ins Generalgouvernement schafften. Frank allerdings fand die Zustände in Krakau unerträglich, kannte er doch deutsche Stabsoffiziere, die zusammen mit jüdischen Mietern in Wohnblöcken hausen mussten. Auch andere höhere Beamte waren einer so unwürdigen Behandlung ausgesetzt. Noch sechs Monate so gelobte er und Krakau sei judenfrei. 5000 bis 6000 jüdischen Spezialisten sollte auch danach noch der Aufenthalt in der Stadt erlaubt sein. Alle anderen hatten anderswo im Generalgouvernement zu verschwinden. In Warschau oder Radom, in Lublin oder Tschentzlochau. Juden durften sich ihren neuen Wohnsitz selber aussuchen, vorausgesetzt sie zogen bis zum 15. August ab. Wer dann noch in der Stadt war, sollte per Lastwagen mit geringstem Gepäck an einen Ort gebracht werden, welchen die Behörden bestimmten. Ab dem 1. November kündigte Frank an, könnten Deutsche in Krakau endlich frei atmen und die Straßen der Stadt würden nicht mehr von Juden Wimmeln. Es gelang ihm nicht ganz, die jüdische Bevölkerung in jenem Jahr auf die gewünschte Zahl zu reduzieren. Als seine Pläne bekannt wurden, hatte das immerhin zur Folge, dass die Juden von Krakau, insbesondere die Jüngeren, sich um qualifizierte Arbeit bemühten. Männer wie Stern und solche, die dem Judenrat angehörten oder nahestanden, hatten bereits eine Liste derjenigen Deutschen zusammengestellt, von denen sie sich Hilfe versprachen. Und auf dieser Liste standen Schindler sowie Madrich, ein Wiener, der kürzlich UK gestellt worden war und als Treuhänder eine Uniformfabrik leitete. Madrich wusste den Wert von Heeresaufträgen zu schätzen und stand im Begriff in eigener Regie eine Uniformfabrik in der Vorstadt Portgorsche zu eröffnen. Am Ende sollte er ein noch größeres Vermögen machen als Schindler, doch 1940 war er noch Gehaltsempfänger. Er war ein unternehmender, sehr menschlicher Mann und hätte man ihn gefragt, wie er denn das Betreiben einer einträglichen Produktionsanlage in einem Zwangsarbeiterlager rechtfertigen könne, hätte er erwidert, dass er darin immerhin fast 4000 Häftlinge beschäftige und diese mithin davor bewahre, in den Vernichtungslagern umgebracht zu werden. Ab 1. November hatten 23.000 Juden freiwillig die Stadt verlassen. Manche zogen in die neuen Ghettos von Warschau und Lodz. Man kann sich die Lücken bei Tisch, die kummervollen Abschiede vorstellen. Doch die Menschen fügten sich, weil sie dachten, Schlimmeres wird man nicht von uns verlangen. Schindler wusste, was vorging, meinte aber ebenso wie die Juden, es handelte sich um eine einmalige Maßnahme. 1940 mag sehr wohl das arbeitsreichste Jahr in Schindlers Leben gewesen sein. Er machte aus einer bankrotten Fabrik ein Werk, das von den auftraggebenden Behörden ernst genommen werden konnte. Als der erste Schnee fiel, bemerkte Schindler verärgert, dass täglich so um die sechzig seiner jüdischen Arbeiter fehlten. Die wurden auf dem Weg zur Arbeit von der SS angehalten und zum Schneeschaufeln kommandiert. Schindler beklagte sich bei seinem Freund Toffel in der Befehlsstelle der SS auf der Pomorska Straße. Bis zu 125 Ausfälle habe er schon an einem Tag gehabt, klagte er Toffel. Machen Sie sich mal klar, vertraute Toffel ihm an, dass es hier Leute gibt, die sich einen Dreck um die Produktion scheren. Die lassen jüdische Arbeiter lieber Schnee schaufeln. Ich verstehe es nicht, aber für die hat das geradezu rituelle Bedeutung. Und es geht nicht nur ihnen so, sondern allen Arbeitgebern. Ob die sich auch beschwerten, wollte Schindler wissen. Toffel bestätigte das und fügte noch etwas hinzu. Ein hoher Funktionär habe beim Mittagessen in der Pomorska Straße gesagt, es sei Hochverrat zu glauben, gelernte jüdische Arbeitskräfte könnten im Wirtschaftsleben des Reiches einen festen Platz haben. Sie werden sich wohl mit Schneeschauflern abfinden müssen, schloss Toffel. Schindler spielte jetzt den entrüsteten Patrioten oder auch den entrüsteten Profitmacher. Wenn wir den Krieg gewinnen wollen, müssen wir solche SS- Funktionäre in die Wüste schicken. Die in die Wüste schicken? Na hören Sie mal, das sind ja gerade die, die den Ton angeben. Nach mehreren solcher Gespräche trat Schindler dafür ein, dass dem Unternehmer seine Arbeitskräfte ständig verfügbar seien, dass diese Arbeitskräfte ungehinderten Zugang zum Arbeitsplatz haben müssen und und sie auf dem Weg zur und von der Arbeit nicht belästigt werden dürfen. Schindler sah darin nicht nur einen moralischen, sondern auch einen unternehmerischen Grundsatz und am Ende verwirklichte er ihn in seiner Fabrik, soweit das Menschen möglich war. Die Geschäfte gingen in jenem Winter gleichwohl glänzend. Nach Neujahr legten seine Bekannten in der Rüstungsinspektion Schindler nahe, sich mit der Herstellung von Panzerabwehrgranaten zu befassen. Schindler aber waren Töpfe und Pfannen lieber. Die waren einfach herzustellen. Das Material wurde geschnitten und gepresst, in Behälter mit Emaille getaucht, bei der richtigen Temperatur gebrannt. Es mussten keine Maschinen kalibriert werden. Es kam längst nicht so genau darauf an wie bei Munition. Auch ließ sich mit Granathülsen nicht unterm Ladentisch und gerade das gefiel Schindler. Das hatte er gern. Er liebte das Risiko, die Anrüchigkeit, den schnellen Profit ohne Buchführung. Aber weil es politisch klug war, richtete er eine Munitionsfertigung ein. Er stellte in einer Galerie seiner Fertigungshalle zwei Maschinen vom Fabrikat Hilo zur Präzisionsfertigung von Granathülsen auf. Noch befand sich die Anlage im Erprobungsstadium. Es würden mit Planung, dem Ausmessen und den ersten Versuchen noch Monate vergehen. Die großen Hilos verliehen der schindlerschen Fabrik immerhin den Anschein eines kriegswichtigen Betriebes und man konnte ja nicht wissen, was alles kommen würde. Bevor noch die Hilos richtig kalibriert waren, hörte Schindler von seinen Verbindungsleuten bei der SS, dass für die Juden ein Ghetto eingerichtet werden sollte. Er erwähnte das behutsam gegenüber Stern, den er nicht erschrecken wollte. Stern wusste es bereits. Manche Leute freuten sich sogar darauf. Dann sind wir drin und der Feind ist draußen. Wir können unsere Angelegenheiten selber regeln. Niemand wird uns beneiden, uns auf der Straße mit Steinen bewerfen. Das Ghetto wird feste Mauern haben. Nun ja, die Mauern gaben der Katastrophe ihre endgültige feste Form. Die Generalgouvernement 4491 überschriebene Bekanntmachung wurde am 3. März angeschlagen und über Lautsprecher in Kasimiasch verlesen. In seiner Munitionsfertigung hörte Schindler einen deutschen Techniker dazu bemerken, es geht ihnen im Ghetto doch bestimmt besser, die Polen hassen sie wie die Pest. Eben diesen Vorwand benutzte auch die Verordnung. Um den Gegensatz zwischen den Rassen im Generalgouvernement zu mildern, wird ein abgeschlossenes Judenviertel eingerichtet. Alle Juden sind verpflichtet, in diesem Ghetto zu wohnen. Nur wer eine gültige Arbeitskarte hat, darf das Ghetto zur Arbeit verlassen. Das Krakauer Ghetto wird am anderen Weichselufer in Port Gorsche eingerichtet. Bis zum 20. März müssen alle Juden dort Aufenthalt nehmen. Der Judenrat wird die Wohnungen zuteilen, während die jetzt dort lebenden Polen über das polnische Wohnungsamt andere Unterkünfte in der Stadt zugewiesen bekommen. Die Bekanntmachung zeigte auch einen Plan des neuen Ghettos. Im Norden sollte es vom Fluss begrenzt werden, im Osten von der Eisenbahnlinie nach Lwów, im Süden von den Hügeln jenseits Rekavka, im Westen vom Port Gorsche Platz. Es würde sehr eng werden da drinnen. Immerhin stand zu hoffen, dass die Repression nun ihre endgültige Form annehmen und den Betroffenen gestatten würde, für eine wie auch immer eingeschränkte Zukunft zu planen. Die einmarschierenden Deutschen wunderten sich darüber, wie bereitwillig sie von Polen auf jüdische Wohnungen hingewiesen wurden, wie eifrig Polen ihnen halfen, Juden die Locken und die Bärte abzuschneiden. Im März 1941 war das Versprechen, die Juden vor den Polen zu schützen, also durchaus verlockend für die Juden. Die Juden von Krakau packten nicht gerade jubelnd ihre Sachen für den Umzug nach Port Gorsche, doch auf sonderbare Weise erschien er ihnen wie eine Art Heimkehr und wie das Erreichen einer Grenze, die das Ende weiterer Entwurzelung und Bedrückung bezeichnete, wenn man Glück hatte. Es kamen deshalb sogar Leute aus den umliegenden Dörfern, die unbedingt rechtzeitig vor dem 20. März eintreffen und auf keinen Fall ausgesperrt werden wollten. Das Ghetto war als solches fast schon per Definitionen bewohnbar, wenn auch vor gelegentlichen Angriffen nicht geschützt. Es verhieß eine Stockung in der Strömung. Für Schindler bedeutete es eine Unbequemlichkeit. Bislang fuhr er von seiner Wohnung in der Strachevskiego Straße am Wawel vorüber durch Kasimierz und bog hinter der Kosciuszko Brücke nach links zu seiner Fabrik in Sablozje ab. Die Mauer des Ghettos würde ihm nun den Weg versperren. Das war nicht besonders lästig, machte aber den Plan, in seinem Bürotrakt eine Wohnung einzurichten verlockender. Das Gebäude war gar nicht übel. Es hätte von Gropius entworfen sein können, mit viel Glas und Licht und dem aus würfelförmigen Ziegeln gemauerten Eingang. Vor Ablauf der Frist sah er nun auf seiner täglichen Fahrt in die Fabrik die Juden von Kasimierz packen, auf der Stradom-Straße begegnete er Familien mit Handkarren und Wägelchen, auf die sie Matratzen und Stühle und Standuhren gebunden hatten. Ab dem 20. März 1941 sollten Schindlers Arbeitskräfte keinen Lohn mehr von ihm bekommen und nur noch von ihren Rationen leben. Stattdessen würde Schindler an die SS in Krakau Miete für seine Arbeiter zahlen. Schindler war dabei ebenso unwohl wie Madritsch, denn beide wussten, irgendwann einmal geht der Krieg zu Ende und dann stehen die Sklavenhalter ganz wie ehedem in Amerika nackt und entehrt am Pranger. Er sollte pro gelernten Arbeiter täglich 7 Reichsmark 50 und für ungelernte Arbeiter und Frauen 5 Reichsmark an das SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt abführen. Der Tarif lag eine Spur niedriger als der auf dem Arbeitsmarkt. Moralische Bedenken überwogen, sowohl bei Schindler wie bei Madrich die Freude am Profit. Als Stern und Ginter, ein Unternehmer und Beauftragter des Judenrates, Schindler und Madrich baten, noch so viele Juden zu beschäftigen, als sie irgend unterbringen könnten, stimmten beide zu. Sinn der Sache war, dem Ghetto eine gewisse wirtschaftliche Dauerhaftigkeit zu verleihen. Stern und Ginter waren damals der Meinung, dass ein Jude, der für das Arbeitskräfte hungrige Reich von Nutzen war, dadurch vor Schlimmerem bewahrt bliebe. Zwei Wochen lang schoben die Juden ihre Karren durch Kasimierz und über die Brücke nach Portgorz. Wer mit seinem Karren durch das Tor kam, wurde von Beauftragten des Wohnungsressorts des Judenrates empfangen. Größere Familien erhielten zwei Räume zugeteilt mit Küchenbenutzung. Für alle, die sich in den guten Wohnungen gewöhnt hatten, war es schlimm, auf so engem Raum mit anderen, die unterschiedlichen religiösen Gebräuchen folgten, anders rochen, andere Gewohnheiten hatten, zusammenleben zu müssen. Mütter kreischten, Väter sogen an hohlen Zähnen, schüttelten den Kopf und bemerkten, alles könnte noch viel schlimmer sein. Am 20. März wurde die Übersiedlung für beendet erklärt. Wer sich jetzt noch außerhalb des Ghettos aufhielt, war vogelfrei. Drinnen lebte man jedenfalls noch und vorderhand in Frieden. Die 23 Jahre alte Edith Liebgold bekam mit ihrer Mutter und ihrem Säugling ein Zimmer im Erdgeschoss zugeteilt. Am zweiten Tag ihres Aufenthaltes im Ghetto entging sie um Haaresbreite einem SS-Kommando, Schneeschaufler für die Stadt rekrutierte. Es hieß, dass nicht alle, die auf diese Weise zur Arbeit geholt wurden, zurückkamen. Aber Edith fürchtete mehr als dies, dass sie auf dem Weg etwa zur Apotheke aufgegriffen werden könnte, eine Viertelstunde bevor sie ihr Kind füttern wollte. Sie ging also mit einigen Freundinnen zum Arbeitsamt in der Hoffnung, Schichtarbeit zugeteilt zu bekommen. Die Mutter mochte dann während ihrer Abwesenheit das Kind hüten. In den ersten Tagen herrschte auf dem Arbeitsamt starker Andrang. Der Judenrat hatte jetzt seine eigene Polizei, den Ordnungsdienst OD, der innerhalb des Ghettos für Sicherheit und Ordnung sorgen sollte. Ein junger Mann mit Mütze und Armbinde ließ die Arbeitssuchenden vor dem Arbeitsamt eine Schlange bilden. Edith Liebgold und ihre Bekannte waren gerade mit einem Schub anderer eingelassen worden und in lärmender Unterhaltung begriffen, als ein kleiner eltlicher Mann im braunen Anzug auf sie zutrat, der es offenbar auf diese lebhafte Gruppe abgesehen hatte, wenngleich es anfangs so aussah, als wolle er sich nur an Edith heranmachen. Er ließ dieses Angebot wirken. Sablozje lag außerhalb des Ghettos. Das hieß, man würde Gelegenheit zu Tauschgeschäften mit polnischen Arbeitern haben. Er suchte zehn gesunde Frauen für die Nachtschicht. Die jungen Frauen schnitten Grimassen. Sie taten, als wollten sie sich das überlegen. Als ob es da was zu überlegen gäbe. Die Arbeit sei nicht schwer, versicherte er, sie würden angelernt. Er sei Abraham Bankier und der Personalchef. Der Eigentümer sei selbstverständlich Deutscher. Was für eine Sorte Deutscher, wollte sie wissen. Bankier lächelte breit, als wollte er ihnen die schönsten Hoffnungen machen. Kein übler Bursche, versicherte er. Am Abend ging Edith Liebgold, geleitet von einem OD-Mann mit ihren Gefährtinnen nach Sablozje. Unterwegs erfuhr sie, dass es in der E-Mail-Fabrik für die Arbeiter eine kräftige Suppe gebe. Geschlagen werde nicht, es sei dort ganz anders als in Beckmanns Rasierklingen Fabrik. Ungefähr wie bei Madrich. Madrich sei in Ordnung, hieß es. Und Schindler auch. Die neue Nachtschicht wurde am Eingang vom Bankier in Empfang genommen und nach oben vor das Direktionsbüro geführt. Eine tiefe grollende Stimme forderte die Frauen auf einzutreten. Der Direktor saß auf der Schreibtischkante und rauchte. Sein dunkelblondes Haar war ordentlich gebürstet, er trug einen Zweireiher und eine seidene Krawatte. Er sah aus wie jemand, der eine Verabredung zum Abendessen hat, aber vorher noch etwas Wichtiges erledigen will. Er war groß und kräftig und noch jung. Von dieser nordischen Erscheinung erwartete Edith einen Vortrag über die Bedeutung der Rüstungsindustrie und die Notwendigkeit die Produktion zu erhöhen. Stattdessen sagte er auf Polnisch Ich möchte Sie hier gern selber begrüßen. Ich erweitere den Betrieb und brauche daher mehr Arbeitskräfte. Er blickte beiseite. Das interessierte die Frauen vermutlich nicht. Und dann fuhr er unvermittelt fort, ohne sie durch eine Geste, einige Worte oder sonst wie auf das vorzubereiten, was er ihnen sagen wollte. Wenn sie hier arbeiten, wird ihnen nichts geschehen. Wenn sie hier arbeiten, werden sie den Krieg überleben. Guten Abend. Und damit ging er hinaus. Bank hier hielt die Frauen zurück, um ihm den Vortritt zu lassen. Der Herr Direktor ging die Treppe hinunter und setzte sich in sein Automobil. Sein Versprechen hatte allen den Atem verschlagen. Er hatte gesprochen wie ein Gott. Konnte ein Sterblicher denn eine solche Zusage geben? Und doch stellte Edith Liebgold fest, dass sie ihm aufs Wort glaubte. Nicht so sehr, weil sie wünschte, er möge Recht behalten, sondern weil sie ihm einfach glauben musste. Noch ganz benommen ließen die Frauen der Nachtschicht sich in ihre Arbeit einführen. Die Arbeit war einfach und leicht. Edith trug die in der Mai getauchten Töpfe, Töpfen. Und dabei dachte sie unentwegt an Schindlers Versprechen. Auch in den folgenden Jahren stellten viele Menschen, denen Schindler solche verwirrenden Versprechungen machte, ähnliche Überlegungen an. Und manche meinten, wenn dieser Mensch sich irrt oder wenn er seine Versprechungen leichtfertig macht, dann gibt es keinen Gott, keine Menschlichkeit, kein Brot, keine Rettung. Dann bleibt alles Zufall. Und unsere Aussichten sind schlecht. Unter Arthur Rosenzweig schärfte der Judenrat, der sich noch immer für die Wohlfahrt der Ghetto-Bewohner verantwortlich fühlte, der jüdischen Ghetto-Polizei ein, dass sie sich als Diener am Gemeinwohl zu verstehen habe. Aufgenommen wurden fast nur junge Leute von einiger Bildung und etwas Feingefühl. Die SS betrachtete den Polizei der Befehle entgegen zu nehmen und auszuführen hatte. Doch im Sommer 1941 hatten die meisten jungen Leute vom OD von sich eine andere Vorstellung. Es sei nicht verschwiegen, dass Schicksal und dass ihre Familien mehr und mehr davon beeinflusst wurde, wie eng sie mit der SS zusammen arbeiteten. So erschien den Anständigen der OD als korrupt und die Schufte sahen in ihm eine willkommene Pfründe. Im Sommer 1940 wurde der OD mit der erklärten Absicht gegründet, die Juden zu schützen, die aus anderen Teilen der Stadt ins Ghetto von Port Gorges zogen. Pfefferberg trat dem OD bei und setzte die Mütze auf. Er meinte, den Sinn dieser Einrichtung zu verstehen. Nicht nur sollte sie für vernünftiges Betragen innerhalb der Mauern sorgen, sondern auch jenes Maß an Fügsamkeit durchsetzen, das in der Geschichte der europäischen Judenheit bewirkt hat, dass die Bedrücker schneller wieder abziehen, dass sie vergesslich werden und dass man in solchen Phasen der Vergesslichkeit wieder Luft holen kann. Schindler besuchte das Ghetto im April, sowohl weil er neugierig war, als auch weil ein jetzt dort lebender Juwelier zwei Ringe für ihn in Arbeit hatte. Er fand das Ghetto viel überfüllter, als er sich vorgestellt hatte. Pro Zimmer zwei Familien, es sei denn, man hatte Beziehungen zum Judenrat. Es roch nach verstopften Abflüssen und die Frauen hielten nur mit Mühe den Typhus fern, indem sie unermüdlich scheuerten und wuschen. Es geht was vor, vertraute der Juwelier seinem Kunden an, der OD hat Gummiknüppel bekommen. Die Verwaltung des Ghettos war in Krakau wie im übrigen Polen auf die Abteilung 4B der Gestapo übergegangen, die nun alles, was die Juden betraf, in Händen hatte und den Abschnitt Krakau leitete Oberführer Scherner, ein kräftiger Mann an die 50, der in Zivil mit seiner Glatze und den dicken Brillengläsern wie ein blasser Bürokrat wirkte. Schindler war ihm schon gesellschaftlich begegnet. Scherner redete viel, weniger vom Krieg als von Geschäften. Er gehörte zu jener Sorte Funktionäre, die man in der mittleren Hierarchie der SS häufig traf, ein Mann, Frauen- und Beutegut interessierte. Die Macht, die ihm so unerwartet zugefallen war, zeigte sich gelegentlich in einem höhnischen Schmunzeln, das ihm im Gesicht stand wie einem naschhaften Knaben, ein Klecks gestohlener Marmelade. Er war umgänglich und verlässlich grausam. Schindler wusste, dass Scherner es vorzog, die Juden auszupressen, anstatt sie umzubringen, dass er, wenn es ihm Nutzen brachte, die Regeln umging, dass er aber im Großen und Ganzen die Linie der SS einhalten würde, einerlei wie diese aussah. Zu Weihnachten hatte er ihm ein halbes Dutzend Flaschen Kognak geschickt. Nächstes Mal würde es mehr sein müssen, denn Scherners Macht hatte zugenommen. Diese Machtverschiebung, die SS war nicht mehr nur ausführendes Organ, sondern bestimmte die Politik, war die Ursache dafür, dass der OD im Juni eine Veränderung durchmachte. Schindler wurde mit dem Anblick eines Mannes vertraut, einfach, indem er am Ghetto vorbeifuhr, eines ehemaligen Glasers namens Simche Spira. Spira brachte einen anderen Geist in den OD. Er stammte aus einer orthodoxen Familie und verabscheute aus Prinzip und weil er persönliche Gründe dafür hatte, die verwestlichten liberalen Juden, die noch zum Judenrat gehörten. Er nahm keine Befehle von Rosenzweig entgegen, sondern nur noch von Untersturmführer Brandt und von der Befehlsstelle der SS jenseits der Weichsel. Von seinen Besprechungen mit Brandt kam er ins Ghetto zurück, geschwollen von Machtbewusstsein und intimen Kenntnissen. Brandt hatte ihn beauftragt, dem OD eine Zivilabteilung anzugliedern und zu leiten, und die besetzte er mit seinen Freunden. Die begnügten sich nun nicht mehr mit Mütze und Armbinde, sondern trugen graue Hemden, Stiefelhosen, Koppel und blanke Schaftstiefel. Spiras Abteilung ließ es nicht bei widerstrebender Fügsamkeit bewenden, sie bestand aus geldgierigen Leuten. Leuten, die an schweren Minderwertigkeitskomplexen litten, weil sie früher einmal von Juden des bürgerlichen Mittelstandes gekränkt oder beleidigt worden waren. Sie befassten sich hinfort mit Erpressung und damit, für die SS Listen mit den Namen missliebiger oder illoyaler Ghettobewohner anzufertigen. Pfefferberg wollte nun aus dem OD austreten. Angeblich sollte der auf den Führer vereidigt werden, so lautete ein Gerücht. Außerdem wollte Pfefferberg nichts mit diesen Leuten, mit ihren grauen Hemden und ihren Listen zu tun haben. Also suchte er Rat bei Alexander Biberstein, einem sanftmütigen Arzt im Krankenhaus, dem Amtsarzt des Judenrates. Dessen Bruder Marek war bis zu seiner Verurteilung wegen versuchter Bestechung der erste Vorsitzende des Judenrates gewesen. Pfefferberg also bat ihn um ein Attest, das ihm ermöglichen sollte, aus dem OD auszuscheiden. Das sei nicht so leicht, meinte Biberstein. Pfefferberg sehe blühend aus. Einen zu hohen Blutdruck könne er auch nicht vortäuschen. Er möge lernen, sich wie jemand zu bewegen, der einen Bandscheibenschaden hat. Pfefferberg trat hinfort seinen Dienst gekrümmt und mit einem Gehstock an. Spira war außer sich. Pfefferberg hatte ihn nämlich zuvor gebeten, ihn vom Ordnungsdienst zu dispensieren, und Spira hatte ihm, ganz nach Art des Kommandeurs einer Leibgarde erklärt, er habe seine Pflicht, gefälligst bis zum letzten Atemzug zu tun. Spira und seine infantilen Freunde spielten sich im Ghetto als Elite verbannt auf, als Fremdenlegionäre, als Prätorianer. Du gehst gefälligst zum Gestapo-Arzt, schrie Spira jetzt. Biberstein, der mit Pfefferberg voll und ganz sympathisierte, hatte ihn aber so gut vorbereitet, dass Pfefferberg die Prüfung durch den Gestapo-Arzt bestand und vom OD entlassen wurde, weil er an einer Bandscheibenschwäche litt, die ihn hinderte, seinen Dienst ordnungsgemäß zu versehen. Spira verabschiedete seinen Untergebenen mit Hass und Verachtung. Tags darauf fielen die Deutschen in Russland ein. Schindler hörte die Neuigkeit von der BBC und wusste, dass das Unternehmen Madagaskar damit hinfällig geworden war. Schindler spürte, dass dieses Ereignis die Planung der SS veränderte, denn die Wirtschaftsexperten, die Techniker, die mit der Umsiedlung befassten Planer, die Polizisten aller Spielarten stellten sich jetzt nicht nur auf einen langen Krieg ein, sondern schienen mit größerem Eifer ein rassisch gereinigtes Imperium anzustreben. In einer Seitengasse der Lipowa-Straße, Schindlers Emaivarenfabrik benachbart, stand die deutsche Kistenfabrik. Schindler, rastlos und hungrig nach Gesellschaft, schlenderte gelegentlich hinüber, um mit dem Treuhänder Kuhnpast oder dem ehemaligen Besitzer und jetzigen inoffiziell als Betriebsleiter tätigen Schimon Järet zu plaudern. Aus Järets Kistenfabrik war zwei Jahre zuvor auf die übliche Weise die deutsche Kistenfabrik geworden. Gezahlt wurde nichts, Verträge, die er zu unterschreiben gehabt hätte, wurden nicht aufgesetzt. Die Ungerechtigkeit, die darin lag, bekümmerte Järet kaum noch. Den meisten seiner Geschäftsfreunde war es ebenso ergangen. Das Leben im Ghetto bedrückte ihn allerdings, das ewige Gezänk in der Küche, das erzwungene, enge Zusammenleben der Gestank, die Läuse, die man sich bei der Berührung mit unsauberen Mitbewohnern im engen Treppenhaus holte. Seine Frau sei schwer deprimiert, erzählte er Schindler. Sie stamme aus einer angesehenen Familie in Klepars, nördlich von Krakau, und sei ein besseres Leben gewöhnt. Und wenn ich bedenke, dass ich mir aus all den Brettern hier ein eigenes Haus bauen könnte, gleich hier, und er zeigte auf das unbebaute Grundstück hinter seiner Fabrik. Dort spielten Arbeiter in der Mittagspause Fußball. Platz war reichlich vorhanden. Das meiste davon gehörte Schindler, ein Teil einem polnischen Ehepaar namens Bielski. Schindler erwähnte das nicht, auch nicht, dass ihn selber dieser Bauplatz schon beschäftigte. Mehr interessierte ihn die Erwähnung der Bretter. Sie könnten also Holz organisieren, fragte er. Das ist nur eine Frage der Buchführung, erwiderte Jered. Sie blickten aus dem Fenster in Jereds Büro, versonnen auf dem Platz. Aus der Fabrik hörte man Nageln und das Kreischen der Kreissäge. Ich möchte hier nicht weg, sagte Jered. Ich möchte nicht in irgendeinem Arbeitslager enden und immer denken müssen, was machen die verfluchten Narren aus meiner schönen Fabrik. Das werden Sie gewiss verstehen, Herr Schindler. Ein Mann wie Jered konnte sich nicht mehr vorstellen, dass die Dinge einmal besser werden könnten. Die Wehrmacht schien in Russland nichts als Erfolge zu erringen und selbst der BBC fiel es schwer noch zu behaupten, sie siege sich dort zu Tode. Schindler konnte sich vor Aufträgen der Rüstungsinspektion kaum retten und erfreute sich darüber. Aber ebenso erfreuten ihn die Briefe seines Vaters, in denen der alte Mann ihn warnte, dies alles könne nicht von Dauer sein. Der Mensch, gemeint war Hitler, wird stürzen. Die Amerikaner werden ihn erledigen. Und die Russen? Sagte diesem Menschen denn niemand, wie viele gottlose Barbaren im Osten lebten? Gegen Ende des Jahres wurde er verhaftet. Jemand hatte ihn bei der SS denunziert. Ein polnischer Arbeiter, ein deutscher Techniker. Er wusste es nicht. Eines Morgens sperrten zwei Gestapo- Leute in Zivil den Eingang zu Schindlers Bürotrakt mit ihrem Mercedes, gingen nach oben und zeigten Schindler einen Haftbefehl und eine Durchsuchungserlaubnis. Sie wollten alle Unterlagen mitnehmen, schienen aber nicht zu wissen, welche. Welche Unterlagen wollen sie sehen? fragte Schindler. Das Kassenbuch, sagte der eine. Das Hauptbuch, der andere. Die Verhaftung wurde ziemlich lässig vorgenommen. Beide Gestapo-Leute plauderten mit der Klonowska, während Schindler die Bücher holte. Man erlaubte ihm, etliche Namen auf einem Zettel zu notieren. Namen von Leuten, mit denen er angeblich geschäftliche Termine vereinbart hatte, die nun abgesagt werden mussten. Klonowska wusste aber sofort, dass es die Namen von Leuten waren, die sie um Hilfe für ihn bitten sollte. Als erster stand Oberführer Scherner auf der Liste, darunter Leutnant Plate von der Abwehr in Breslau. Ein Ferngespräch also. Der dritte war der Betriebsleiter von Ostfaser, der ewig betrunkene Weltkriegsveteran und Wirtschaftsberater der SS Bosch, dem Schindler massenhaft Küchenutensilien hatte zukommen lassen. Er beugte sich über Klonowskas Schulter, schnupperte den Duft ihres hochgekämmten Blondhaares ein und unterstrich den Namen Bosch. Bosch hatte Einfluss. Er beriet sämtliche hohen Funktionäre in Krakau, die auf dem Schwarzen Markt Geschäfte machten. Und Schindler wusste, dass seine Verhaftung irgendwie mit Schwarzmarktgeschäften zu tun hatte, die deshalb so gefährlich waren, weil man zwar immer einen bestechlichen Amtsträger fand, aber nie sicher sein konnte, ob einen nicht ein neidischer Angestellter denunzierte. Der vierte Name war der des deutschen Aufsichtsratsvorsitzenden der Ferrum AG in Sosnoviec, von dem Schindler seinen Stahl bezog. Diese Namen verschafften ihm Trost, während er im Mercedes der Gestapo zur Pomorska-Straße fuhr, etwa einen Kilometer westlich des Stadtzentrums. Die garantieren dafür, dass er nicht spurlos in der Mühle verschwinden würde. Er war nicht so schutzlos wie die Ghettobewohner, die auf Spiras Liste standen und in einer kalten Adventsnacht auf dem Bahnhof Prokotzim in Viehwagen verladen worden waren. Schindler hatte Beziehungen. Der Dienstsitz des Kommandeurs der Sicherheitspolizei von Krakau war ein riesiges modernes Bauwerk, nüchtern, aber nicht so düster wie das Gefängnis in der Montelupich-Straße. Aber auch wer nicht an die Gerüchte von den dort stattfindenden Folterungen glaubte, geriet beim Betreten des Gebäudes in heillose Verwirrung, denn unzählige Korridore und Türen ließen einen Glauben, in einen kafkaesken Albtraum geraten zu sein. In diesem Bienenkorb geriet Schindler an einen Gestapo-Beamten mittleren Alters, der von Wirtschaftsfragen mehr zu verstehen schien als die beiden, die ihn verhaftet hatten. Der Mann gab sich nachlässig amüsiert wie ein Zollbeamter, der feststellt, dass jemand, den man eines Devisenvergehens verdächtigt, in Wahrheit nur Grünpflanzen im Gepäck hat. Er erklärte Schindler, alle mit der Kriegsproduktion befassten Unternehmen würden überprüft. Schindler glaubte dies nicht, widersprach aber nicht. Herr Schindler verstehe gewiss, dass solche Firmen auch moralisch verpflichtet seien, ihre gesamte Produktion für Kriegszwecke zur Verfügung zu stellen und die Wirtschaft im Generalgouvernement nicht durch illegale Transaktionen schädigen dürften. »Heißt das«, grollte Schindler in jenem ihm eigentümlichen Ton, der sowohl bedrohlich als auch wohlwollend klingen konnte, »man verdächtigt mich, meinen Lieferpflichten nicht nachzukommen?« »Sie leben nicht schlecht«, sagte der Beamte ausweichend, »und so als halte er es für selbstverständlich, dass Unternehmer nun mal einen aufwendigen Lebensstil haben.« »Aber wenn jemand einen Aufwand treibt wie sie, müssen wir uns mal ansehen, ob er das von den Einkünften kann, die er aus legalen Geschäften zieht.« Schindler lächelte breit. »Wer mich bei Ihnen denunziert hat, ist ein Esel und verschwendet nur Ihre Zeit.« »Wer ist Ihr Geschäftsführer?« »Abraham Bankir.« »Ein Jude?« »Selbstverständlich. Die Firma hat früher Verwandten von ihm gehört.« »Die beschlagnahmten Unterlagen dürften wohl ausreichen«, sagte der Beamte. »Doch falls man mehr brauche, könne dieser Bankier sie wohl herbeischaffen.« »Soll das heißen, Sie wollen mich hier festhalten?« Schindler lachte. »Nun, wenn ich Oberführer Scherner von diesem Missverständnis erzähle, werde ich jedenfalls erwähnen, dass Sie mich mit größter Zuvorkommenheit behandelt haben.« Man brachte ihn in den ersten Stock, wo er durchsucht wurde. Zigaretten und Hundertslotti für private Einkäufe durfte er behalten. So dann wurde er in ein Zimmer gesperrt. Eines der behaglichsten, wie er vermutete, denn es gab hier ein bequemes Bett und eine Waschgelegenheit samt Toilette und vor den vergitterten Fenstern hingen staubige Gardinen. Vermutlich wurden hier angeschuldigte höhere Funktionäre während ihres Verhörs beherbergt. Lies man sie gehen, konnten sie sich nicht beklagen, wenn sie auch nicht gerade begeistert sein würden. Wies man ihnen Wirtschaftsvergehen oder gar Hochverrat nach, fanden sie sich rasch, so rasch, als hätte sich der Fußboden unter ihnen geöffnet, reglos und blutig geschlagen, im Keller in einer der nebeneinander gelegenen Zellen wieder, die man Straßenbahn nannte, mit der Aussicht, im Montelupich-Gefängnis zu enden, wo man die Häftlinge in ihren Zellen erhängte. Das Warten fiel ihm schwer. Klonowska und Ingrid sorgten dafür, dass er im Laufe des Tages einen Koffer mit Toilettensachen und einem Schlafanzug erhielt. Er bekam eine ausgezeichnete Mahlzeit samt einer halben Flasche ungarischen Weins, und niemand störte ihn, niemand verhörte ihn. Er hoffte, die Gestapo habe nicht seine Wohnung in der Strashevskirgorstraße durchsucht und den Wert seiner Möbel und den von Ingrids Schmuck geschätzt. Als er endlich einschlief, fühlte er sich stark genug, seinen Vernehmern entgegenzutreten. Tags darauf erhielt er ein gutes, reichliches Frühstück, und wieder belästigte ihn niemand. Und dann bekam er doch Besuch. Von dem Gestapo-Beamten, der auch gleich die Bücher mitbrachte. Der wünschte einen guten Morgen. Herr Schindler habe hoffentlich gut geschlafen. Im Übrigen sei man der Meinung, jemand, der sich in den einflussreichsten Kreisen eines so guten Rufes erfreue wie Herr Schindler, brauche derzeit nicht besonders gründlich überprüft zu werden. Man hat ihretwegen bei uns angerufen, sagte der Herr. Schindler war klar, dass dies nicht das Letzte war, was er in dieser Sache hören würde. Er nahm die Bücher und bekam das Geld zurück, das man ihm abgenommen hatte. Klonowska empfing ihn strahlend. Schindler verließ dieses Haus des Todes in seinem üblichen Zweireiher und ohne Kratzer. Ihre Mühe hatte sich also gelohnt. Klonowska